Musik Sie ist eine mit bösem schwarzem Humor gespickte Oper. Igor Stravinsky's The Rakes Progress. Den zweifelhaften Aufstieg des Tunichguts Tom Rakewell erzählt der erfahrene Regisseur Martin Couchet in seiner Inszenierung am Opernhaus Zürich radikal zeitgenössisch. Besonders Tom Rakewells Sehnsucht nach Reichtum und Berühmtheit steht für ihn in diesem Werk im Vordergrund. Es ist ja die ganz banale Fragestellung, wie wird man reich, berühmt und glücklich. Und diese Fragestellung, glaube ich, wird ja gerade tagtäglich 150 millionenfach nicht nur gestellt im Fernsehen oder in den Medien oder in den Zeitungen, sondern es wird auch eine seltsame Scheinwelt angeboten. Eine Scheinwelt, die vortäuscht, dass man das wirklich erreichen könnte. Schlimmerweise ist ein sehr guter Satz von Andy Warhol, glaube ich. Jeder darf für 15 Minuten ein Superstar sein und kann das auch schaffen, der eigentlich mal als Provokation und als ästhetisches Konzept sehr interessant war, bittere Wahrheit geworden oder ich glaube, Josef Beuys hat gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Auch das wird mittlerweile bis zu einer geradezu perversen Art und Weise im Fernsehen, sprich im Massenmedium, durchgezogen. Das Fernsehen ist in dieser Inszenierung allgegenwärtig. Alles spielt auf engem Raum, in einer kühlen Einzimmerwohnung und alle möchten in die große Scheinwelt der Medien. Ich denke also an die verschiedenen Castingshows und die verschiedenen Talentshows und ich weiß nicht was, wo es geradezu darum geht, überhaupt nichts zu können, möglichst blöd, möglichst fett, möglichst verfaulte Zähne zu haben. Und dann delektiert sich das Publikum an dem Scheitern dieser Menschen, die aber mit den größten Hoffnungen und mit den tollsten Plänen, wie toll und berühmt sie jetzt werden, da hingegangen sind. Und das ist eine Scheinwelt, weil es eigentlich alles auf den Kopf stellt. Eine ausbeuterische Prostitutionswelt, würde ich geradezu sagen. Tom Raquel, gesungen von Sean Mathey, ist ein absoluter Anti-Held. Jemand, der als Person, als Charakter vollkommen leer ist und es fällt schwer, Mitgefühl mit ihm und seinem Schicksal zu empfinden. Auch für Martin Cuschei eine Herausforderung in seiner Inszenierung. Ich mag den ja auch nicht, also ich habe überhaupt keine Sympathie dafür. Und komischerweise gibt da die Musik doch so eine Art unbewusste Spur daneben, die es doch möglich macht, dass man an dieser Figur dranbleibt. Aber es ist ja jetzt auch keine neue oder tolle Idee, dass man jetzt den Anti-Helden zeigt auf der Bühne. Dass das allerdings eben jemand ist, der so aus der heutigen Zeit herauskommt, die ich also jetzt mit allen Mitteln in Frage stellen will, habe ich eigentlich auf der Oper noch nie erlebt. Die Oper lebt ja immer davon, dass es praktisch idealisierte, heldenhafte Bilder und Charaktere sind. Und damit hat das nun gar nichts zu tun. Thomas Ades, einer der bedeutendsten Komponisten unserer Zeit, steht am Pult des Orchesters der Oper Zürich. Er dirigierte Stravinsky's The Rake's Progress bereits letztes Jahr am Royal Opera House Covent Garden in London und kennt daher die musikalischen Besonderheiten des Werkes. The Rake's Progress ist ein einzigartiges Werk in vielerlei Hinsicht. Es ist modern und traditionell auf tiefsinnige Weise. Und es ist das Interessanteste von allen Stravinsky-Werken. Ich denke, zu diesem Zeitpunkt hat sich hinsichtlich der Art der Musik und den Kontrapunkten einen Unterschied in den ernsten, den leichten und manchmal auch den großen Opern herauskristallisiert. Und es ist so ein facettenreiches Werk. Und so ist es ein sehr multifacetedes Stück. Musik 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 Sing on forever still, with his old friend his soul, and with his peace.